will abnehmen. Und eine ganze Industrie macht damit fette Gewinne. Dabei sagen inzwischen viele Experten, Diät macht dick. Schlankheitskuren frustrieren, wenn man danach mehr Kilos auf die Waage bringt als zuvor. Ist das schnelle Erfolgsversprechen nur ein Irrglaube? Der schwere Weg zum Wunschgewicht. Wie erreiche ich es? Und wo lauern Diätfallen? Die Antworten auf diese und andere Fragen jetzt bei Wieso Plus. Der Begriff Diät stammt aus dem Griechischen und bedeutet Lebensweise. Schon der griechische Arzt Hippokrates, der Begründer von Wissenschaft und Medizin, forscht zum Thema Diätik. Gesundes Leben durch gesunde Ernährung. Auch in der traditionellen chinesischen Medizin sollen Krankheiten durch Diäten geheilt werden. Bei einer Diät geht es ursprünglich also gar nicht ums Abnehmen. Gesundheit statt Schlankheit. Höchste Zeit, dass sich auch in Deutschland die Bedeutung einer Diät ändert. Erste Anzeichen dafür liefert der Ernährungsreport 2016. Die Deutschen wollen gesünder essen. Doch es herrscht auch Verunsicherung. Was ist eigentlich gesund? Was kann man überhaupt noch guten Gewissens essen? Ein regelrechter Glaubenskrieg ist im Brand. Gesunde Ernährung als neue Religion. Konzepte gibt es viele. Angeblich alle wissenschaftlich belegt. Doch was taugen solche Studien überhaupt? Eine Meldung in der Bild-Zeitung sorgt für Furore. Wer Schokolade isst, nimmt schneller ab. Ein Traum für alle, die abspecken wollen. German Scientist found out your diet works better, faster if you combine it with dark chocolate. Cosmopolitan, die Brigitte und viele andere Medien berichten ebenfalls. Was steckt dahinter? Haben deutsche Wissenschaftler wirklich eine Schokoladen-Wunder-Diät entwickelt? Das ist Glaube. Mehr nicht, aber keine Wissenschaft. Richtig, denn dahinter stecken wir mit einer ganz eigenen Studie. Und die hat unglaublichen Erfolg. Und Ernährungsstudien gibt es unzählige. Und alle erzählen etwas anderes. Mal sollen wir mehr Gemüse essen. Das verhindere angeblich Krebs und wir bleiben gesund. Mal heißt es, wir brauchen mehr Kohlenhydrate für mehr Power. Oder besser, doch lieber gar keine Kohlenhydrate. Auch zu viel Wurst soll Krebs erregen. Es gelte aber auch, keine Angst vor gesättigten Fettsäuren. Und weil sich so viele Studien widersprechen, veröffentlichen die Zeitschriften sie eben alle hintereinander. Dann fällt das gar nicht mehr auf und wir glauben weiter an die Wissenschaft, die uns sagt, wie wir uns ernähren sollen. Wir sind bei Uwe Knob, einer der kritischen Ernährungswissenschaftler in Deutschland. Nicht besonders beliebt bei seinen Kollegen. Kein Wunder, bei solchen Aussagen. Wir haben 100.000 Personen, die werden zu ihrer Ernährung befragt. Das heißt, dort gibt es schon mal den ersten Schwachpunkt. Denn die Datengrundlage basiert auf den Eigenangaben der Probanden, also der Studienteilnehmer. Ob die die Wahrheit erzählen oder bis sie schummeln, weiß niemand. Dann schaut man zehn Jahre später, wer lebt noch, wer hat welche Krankheiten und so weiter und so fort. Und dann fängt man an, Korrelationen zu knüpfen, also statistische Zusammenhänge. Dann sehen die Forscher meinetwegen, wer die meisten Bananen gegessen hat von diesen 100.000 Personen, der lebt am längsten. Daraus wird dann konstruiert, Bananen verlängern das Leben. Also unsere Empfehlung lautet, liebe Leute, esst Bananen, denn dann habt ihr ein langes Leben. Besuch in Leipzig. Jahrestagung der Deutschen Adipositas-Gesellschaft. Hier tummeln sich alle. Ärzte, Pharmafirmen, Diätanbieter, Lobbyisten, Abgesandte der Lebensmittelindustrie. Für die Fachgesellschaft ist es die wichtigste Branchenveranstaltung des Jahres. Das Programm des riesigen Diät-Basars ist klar. Informationen fürs spätere Kaufen und Verkaufen. Dabei ein gern genommenes Argument, die wissenschaftliche Studie. Die soll Ärzte und Übergewichtige davon überzeugen, dass ein Diäterfolg eben nicht Zufall, sondern belegt ist. Für Adipositas haben wir auf alle Fälle schon Studien, die seit sechs Jahren laufen. Jetzt das Leberfasten-Konzept gibt es seit zwei Jahren und da sind natürlich die Studien erst seit zwei Jahren. Wir haben hier eine Wissenschaftsbroschüre, in der wir alle unsere Studien dokumentiert haben. Vor zwei Jahren ist eine große Studie mit 9000 Patientendaten in dem International Journal of Opacity dazu veröffentlicht worden. Und dann hat man gesehen, dass die Nussesser sozusagen eine bessere Elastizität der Blutgefäße haben, als die, die keine Nüsse gegessen haben. Also die haben gar nicht viel verändert in ihrer Ernährung, sondern nur die Walnüsse zusätzlich gegessen und es hatte positive Wirkung. Das mit den Nüssen merken wir uns schon mal. Wir sind auf dem Weg nach Heidelberg. Hier wollen wir mit einer eigenen Studie zu einem ähnlich abstrusen Ergebnis kommen. Der Allgemeinarzt und Diätkritiker Dr. Gunther Frank wird uns dabei helfen, in einer Studie zu beweisen, dass Schokolade schlank macht. Dann haben wir unsere eigene, wissenschaftlich ach so fundierte Diät. Was machen wir denn? Wir haben Schokolade. Ja, die testen wir doch mal aus. Ob wir da irgendwelche Dinge messen können, die wir später zu einer riesigen Meldung dann entsprechend aufbauen können. Und ich würde sagen, dass also eine Versuchsgruppe zusätzlich eben noch diese Bitterschokolade einnimmt. Bitterschokolade ist ja heute eher positiv belegt. Also das heißt, wenn da was Positives rauskommt, denke ich auch, dass das gerne dann auch produziert wird. Wir machen es uns nicht einfach, testen unser groteskes Diätkonzept auch bei Helga Wagner. Sie ist eine von 16 Probanden, die drei Wochen lang unseren Empfehlungen folgen werden. So, Weißkittel an und schon fühlen wir uns wie echte Wissenschaftler. Die Probanden haben keine Ahnung, dass sie da an einem Wissenschaftsschwindel teilnehmen. Einige von ihnen wollen wirklich abnehmen, andere lockt ein kleines Mitmachhonorar. Und doch werden alle mit uns zusammen Wissenschaftsgeschichte schreiben. Das Experiment kann beginnen. Ja, vielen Dank, dass ihr da seid. Der Ablauf wird folgendermaßen sein. Es ist ja eine wissenschaftliche Studie, das heißt, wir brauchen verschiedene Gruppen, die man miteinander vergleichen kann. Das heißt, sie werden in drei Gruppen eingeteilt, jeweils unterschiedliche Ernährungsformen ausprobieren sollen. Und nach drei Wochen wird geschaut, was eben rausgekommen ist. In den meisten Diätstudien gibt es zwei Vergleichsgruppen. Wir entscheiden uns für drei. Das ist seriöser. Gruppe A hält Diät und isst dazu Schokolade. Gruppe B hält nur Diät. Und Gruppe C macht weiter wie zuvor. Wir messen und wiegen unsere Probanden. Mehr oder weniger professionell. Gemacht haben wir so etwas eben noch nie. Alles wird aufgeschrieben und gründlich notiert. Denn wir wollen mit echten Daten und einer echten, wenn auch komplett sinnfreien Untersuchung in einem wissenschaftlichen Magazin erscheinen. Wie alle anderen Studien auch. Dr. Frank teilt die Gruppen ein. Da er an der Auswertung der Daten nicht beteiligt ist und wir nicht wissen, wen er in welche Gruppe steckt, sprechen wir später von einer Doppel-Blind-Verteilung. Dann bitten wir Sie, dass Sie ein Protokoll führen am Tag, nämlich Gewicht, Befindlichkeit körperlich, Befindlichkeit psychisch, Schlafdauer und Schlafqualität einfach nach dem Schema bewerten. Hinzu kommt die tägliche Urinprobe. Wir wollen so viele Daten wie möglich, um uns nachher die Werte herauszusuchen, die unsere Schokolade-macht-Schlank-These unterstützen. Und dann endlich Schokolade. Zusätzlich abends und morgens eine Tafel von der Bieterschokolade, also einen Riegel. Und zwar morgens die Hälfte, abends die Hälfte. Zum Schluss zapft Dr. Frank noch etwas Blut für uns. Wir wollen ein vollständiges Vorher-Nachher-Profil unserer Probanden. Auch wenn sich die Veränderungen im minimalsten Bereich bewegen dürften. Für uns ist alles wichtig. In drei Wochen werden wir wissen, ob das alles so klappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir recherchieren, stellen fest. Auch die medizinischen Fachgesellschaften haben sich mit dem Diätstudienthema befasst. Die sogenannten S3-Leitlinien sollen die wissenschaftliche Qualität garantieren. Die S3-Leitlinien sind ja quasi das Ende der Fahnenstange. Das ist das höchste Gremium, kann man sagen, in der Wissenschaft. Was da drin steht, kann man eigentlich auch nicht dagegen argumentieren. Und da stelle ich eben auch für mich sehr erschreckend fest, dass man sich gar nicht an wissenschaftliche Kriterien hält. Da werden Studien herangezogen mit höchster Qualität, die sie bei näherem Hinsehen gar nicht sind. Es werden Studien herangezogen, die ganz offensichtlich dem Einfluss der Auftraggeber auch geschuldet sind. Also für mich sind diese Leitlinien wertlos. Empfohlen werden sechs Programme. Von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, DGE, ich nehme ab. Weight Watchers. Ich hatte noch nie dieses Gewicht. Abnehmen mit Genuss von der AOK. Bodymate. Mobiles. Und Optifast von Nestle. Erstellt wurden die Leitlinien von sechs Wissenschaftlern. Davon stehen vier in einem direkten oder indirekten Kontakt zu den einzelnen Programmen. Prof. Alois Berg. Er leitet Mobilis. Prof. Thomas Ellrott. Gehört zur DGE, zu Abnehmen mit Genuss und Optifast. Prof. Stefan Bischof. Er war maßgeblich an der Optifast-Studie beteiligt. Prof. Hans Hauner. Er ist eng mit Weight Watchers verbunden. Sitzt in der Expertenkommission des Unternehmens und hat Weight Watchers Studien mitveröffentlicht. deutliche Verflechtungen. Wenn Sie z.B. den finanziellen Einfluss sehen, der auf die Leitlinienautoren wirkt, dann muss man sich schon fragen, wie kann da überhaupt noch Objektivität stattfinden. Beispiel kann man namentlich nennen, Prof. Hauner, der so ganz maßgeblich auch für die Adipositas-Leitlinie steht. Es ist eine immense finanzielle Verpflichtung zu Weight Watchers. Und Weight Watchers werden dann in den S3-Lienien als wissenschaftlich empfohlen, aufgeführt. Und das kann doch nicht wahr sein. Weight Watchers ist einer der bekanntesten Namen in der Diätenliste der S3-Leitlinie. Über Weight Watchers gibt es wissenschaftliche Studien. An vielen war er beteiligt. Prof. Hans Hauner. Jahrelang im Vorstand der Deutschen Adipositas-Gesellschaft. Er ist einer der führenden deutschen Ernährungsmediziner, ein beliebter Interviewpartner in den Medien, wie hier bei Frontal 21. Wir treffen ihn in seinem Institut an der TU München. Steht er bei Weight Watchers auf der Honorarliste? Das ist also kein Geheimnis. Und das steht auch drin. Ich habe mich dann auch bei Aussagen zu dem Thema Weight Watchers nicht geäußert. Und das haben die anderen Kollegen auch nicht gemacht, soweit Programme oder Themen betroffen waren, wo sie Interessenskonflikte haben. Die gingen zum Teil raus, um sozusagen auch an der Diskussion nicht beteiligt zu sein, wenn es da Diskussionen gab oder kontroverse Meinungen gab. Das ist völlig klar. Das muss sauber getrennt sein. Maßgebliche Leitlinien-Autoren, die dann aus Befangenheitsgründen nicht mitdiskutieren? Dabei räumt auch Prof. Hauner durchaus Schwierigkeiten bei den Leitlinien ein. Nun, jede Leitlinie hat natürlich Stärken und Schwächen. Und das gilt sicherlich auch für die Adipusas-Leitlinie, wenn ich das nur allgemein mal formulieren darf. Für etwa 85 Prozent dessen, was wir in der Medizin insgesamt machen, gibt es keine harte Evidenz im eigentlichen Sinn, so wie wir das über die Leitlinien versuchen festzustellen. Das ist oft Erfahrungsmedizin, das sind Studien, die waren nicht kontrolliert. Wie bitte? Ernährungs- und Diätstudien sind selten wissenschaftlich seriös? Das sieht sogar der Professor, der selbst unzählige publiziert hat, genauso? Wir führen ja selber solche Studien durch und haben dann in der Regel so nach einem Jahr bereits Dropout-Raten, also Aussteiger-Raten von 30, 40 und zum Teil mehr Prozent. Und je länger das geht, desto mehr Teilnehmer verlieren wir. Und dann wird sozusagen das, was noch auswertbar ist, auch zunehmend fragwürdig. Und das ist das Problem bei all diesen Studien. Die Studien sind also wissenschaftlich fragwürdig. Die Professoren haben fast alle Beziehungen zur Diätindustrie. Müssten sie aber auch, so Hauner. Außer der Industrie wolle niemand ihre Studien finanzieren. Doch genau solche Studien setzen die Ernährungstrends. Sie beeinflussen unser Ernährungsverhalten und unser Kaufverhalten im Supermarkt. Der neue Hype, Essen ohne alles. Nachdem die Umsätze bei klassischen Light- und Diätprodukten stagnieren, schmeißt die Lebensmittelindustrie neue, frei von Produkte auf den Markt. Die Idee ist einfach genial. Spezialprodukte für Menschen mit Unverträglichkeiten und Allergien als neue, leichte Kost zu vermarkten. Bei der nur eins schwer im Magen liegt. Der Preis. Laktosefrei, glutenfrei, vegetarisch, vegan. In Supermärkten und Discountern werden ganze Regalreihen für die neuen Produkte freigeräumt. Also es ist tatsächlich so, dass es eine richtige Marketingstrategie geworden ist. Eine Strategie, die wirkt. In den letzten zwei Jahren sind die Umsätze mit solchen Produkten enorm gestiegen. Bei laktosefreien Produkten stieg der Umsatz um 30 Prozent. Bei glutenfreien Produkten waren es 58 Prozent. Und mit vegetarischen und veganen Produkten wurde sogar 78 Prozent mehr Umsatz gemacht. 26 Millionen Deutsche haben schon mal solche frei von Produkte gekauft. Anne-Kathrin Haubert hat untersucht, warum. Nur wenige Verbraucher haben eine Allergie und sind auf die Produkte angewiesen. Sie verzichten vielmehr freiwillig. Der Verbraucher ist verunsichert und sucht in diesem Verzicht auch ein Stück weit Stabilität. Und einen Anker, der ihm versichert, dass, wie er sich ernährt, gesund ist. Weil wir wissen alle heutzutage, dass das, was wir essen, eine direkte Auswirkung auf unser Wohlbefinden hat. Aber dieses Gesundheitsversprechen ist falsch, sagen Verbraucherschützer. Es ist nicht so, dass ich mich glutenfrei ernähren müsste, um damit jetzt irgendwie besser zu leben, gesünder zu leben, schlanker zu werden. Das ist falsch. Das Gleiche gilt für laktosefreie und vegane Lebensmittel. Aber nur die wenigsten Verbraucher wissen das. Aus dieser Unkenntnis und Unsicherheit macht die Lebensmittelindustrie ein Geschäft. Da werden von Natur aus rein pflanzliche Sonnenblumenkerne oder mehr Salz als vegan angepriesen oder glutenfreie Cornflakes mit großen Aufstellern beworben. Dieses Produkt ist sehr, sehr teuer. Und wenn ich das im Vergleich zu einem anderen Cornflakes-Produkt sehe, habe ich eigentlich nur einen einzigen winzigen Unterschied. Der Gerstenmalzextrakt ist durch einen braunen Invertzuckersirup ersetzt worden. Zum Vergleich. Die glutenfreien Cornflakes kosten 2,99 Euro. Normale Cornflakes würden bei gleicher Menge gerade mal 71 Cent kosten. Beide Produkte bestehen zu über 90 Prozent aus Mais. Hersteller Nestle erklärt den hohen Preis mit einem größeren Aufwand in der Produktion. Ein anderes Beispiel, veganes Tomatenmark. Dass das ein veganes Produkt ist, ist eigentlich völlig selbstverständlich. Also für mich ist diese Kennzeichnung auch massiv überflüssig. Auch hier ein krasser Preisunterschied. Das als vegan gekennzeichnete Tomatenmark kostet 1,79 Euro. Ein vergleichbares Produkt nur 99 Cent. Der Hersteller teilt uns mit, man sehe die Kennzeichnung als Zusatznutzen für den Verbraucher. Die Liste ließe sich fortführen. Käse mit einem speziellen Vegetarier-Siegel, Natron mit den Prädikaten glutenfrei und vegan, schwarzer Tee mit dem Hinweis vegan, glutenfrei, laktosefrei. Alles überflüssige Kennzeichnungen. Es ist teilweise irreführend für Verbraucher. Und deswegen plädieren wir massiv dafür, dass auf diesen Produkten, wenn es denn so ist, draufsteht, von Natur aus laktosefrei oder von Natur aus glutenfrei, um nicht einem Produkt eine bessere Eigenschaft zuzuschreiben, als es tatsächlich hat. Menschen wie Isabella Kretz mit einer vom Arzt diagnostizierten Lebensmittelallergie sind auf bestimmte Freifon-Produkte angewiesen. Für alle anderen gilt, vegane, glutenfreie und laktosefreie Produkte sind nicht per se besser oder gesünder. Sie sind häufig vor allem eins, teurer. Unser Service völlig kostenlos für Sie. Drei fette Fakten zum Thema Diät. Erstens, fiese Falle. Der Klebefilm einer britischen Briefmarke hat 5,9 Kalorien, macht bei 100 Postkarten so viel wie eine Tafel Schokolade. Zweitens, zum Abtrainieren. Das Schauen eines krassen Horrorschockers wie The Shining verbraucht 184 Kalorien, immerhin zwei Schokoriegel. Drittens, Alternative für schwache Nerven. Eine leidenschaftliche Umarmung verbrennt mindestens 50 Kalorien, also eine ganze Praline. In Deutschland leiden 53% der Frauen an Übergewicht und 67% der Männer, Tendenz steigend. Oliver und sein Hund Oskar sind dicke Freunde. Gemeinsam wollen sie nun ran an den Speck. Der 46-jährige Oliver und sein Hund Oskar haben ein gewichtiges Problem. Beide bringen sie viel zu viel auf die Waage. Ihr Ziel, in 3 Monaten wollen die dicken Freunde gemeinsam topfit werden. Schluss mit Hüftgold- und Heißhungerattacken. Ich habe eigentlich schon immer etwas Übergewicht, aber es schmeckt halt auch immer gut. Dicke Freunde auf Diät. Seit 6 Jahren sind Oliver und sein Oskar unzertrennlich. Hund und Herrchen verbindet eine große Leidenschaft, die für kleine Leckereien. So langsam wird das aber zum Problem. Ich esse halt gern. Und da kam es dann natürlich immer so ein bisschen dazu. Wurde langsam immer mehr. Oskar ist für mich die Motivation. Er hat ja auch ein bisschen zu viel drauf. Und zusammen wollen wir dann gucken, dass wir was runterkriegen. Alexandra Tetz wird die beiden in den nächsten 12 Wochen dabei unterstützen. Die 27-Jährige ist Fitnesscoach, Tiertrainerin und Expertin für den Muskelaufbau bei Hunden. Sie hat schon vielen Zwei- und Vierbeinern erfolgreich beim Abnehmen geholfen. Leider ist es so, dass das Übergewicht bei Mensch und Hund viel zu selten wirklich ernst genommen wird. Und ich denke, wir haben eine große Verantwortung auch für unseren Hund, den wir bei uns halten. Und da sollte man schon darauf achten, dass man wirklich schaut, dass man zusammen fit und gesund sein kann. Alexandra macht sich auf den Weg zu Oliver in die Lüneburger Heide. Regelmäßig trainiert er dort mit Oskar und einer Freundin für den Einsatz in einer Rettungshundestaffel. Beim Mantrailing verfolgt der Hund die Spur eines Menschen. Zur Übung übergibt Anja Oliver eine Geruchsprobe und versteckt sich dann. Oskar soll die Fährte aufnehmen und sie finden. Für Alexandra ist die Übung eine gute Gelegenheit, sich ein Bild von der körperlichen Verfassung ihrer Schützlinge zu machen. Schon nach fünf Minuten ist Oliver völlig außer Atem. Während Oskar seine Aufgabe 1a erfüllt. Ja, fein, super, fein, klasse. Super, sah doch schon gut aus. Ja. Aber ganz schön anstrengend, gell? Ja, doch. Wie bist du denn aufs Mantrailing gekommen? Ich habe halt irgendwas gesucht, was ich mit ihm zusammen machen kann. Agility ist nicht so seine Stärke, meine auch nicht. Beim Mantrailing, da merke ich, dass ich teilweise nicht fit genug bin. Einfach, wenn längere Strecken gelaufen werden müssen oder dann auch die Geschwindigkeit höher ist, dann stoße ich doch an meine Grenzen. Olivers körperliche Verfassung ist schon sehr kritisch. Das heißt, es muss jetzt wirklich was getan werden, um einfach die Fitness und die Gesundheit zu steigern. Oliver ist hochmotiviert. Doch bevor es mit dem Training losgehen kann, muss er zum Gesundheitscheck. Der Kardiologe Dr. Quasemuradi klärt zunächst die Eckdaten. Wie lange haben Sie Übergewicht? Oh, schon sehr lange. Ist in letzter Zeit mehr geworden? Nachdem ich das Rauchen aufgehört habe, ja. Die harten Fakten. Olivers Bauchumfang liegt bei stolzen 144 cm. Und auch sein Gewicht ist beachtlich. 148,2. Dann geht es auf das Rad für das Belastungs-EKG. Dabei machen sich Folgen des Übergewichts deutlich bemerkbar. Ja, Herr Fischer, die Belastungsuntersuchung zeigt, dass Sie schon eine Herzrhythmusstörung haben. Das sieht man an diesen großen Sacken. Deswegen ist es die höchste Zeit, dass wir das Gewicht unbedingt reduzieren müssen. Herzrhythmusstörungen können das Risiko eines Schlaganfalls um ein Vielfaches erhöhen. Es war schon ein Schock zu hören. Also habe ich jetzt eigentlich nicht gedacht. Aber es gibt einem doch noch mal zu denken. Auch Oskar muss zum Doc. Und auch bei ihm zeigt die Waage deutlich zu viel. Fast 45 Kilogramm. Dann merkt man schon, dass er unter der Haut, im sogenannten Subkutanbereich, doch eine ganze Menge Fettreserven angesammelt hat. Man darf nicht vergessen, dass Übergewicht beim Menschen wie beim Tier Konsequenzen hat. Diabetes zum Beispiel auch. Und auch Probleme mit dem Bewegungsapparat. Was würden Sie als Tierarzt sagen? Wie viel Kilo? Wenn er so 4 bis 5 Kilo noch weniger hat, dann wäre das schon eine sehr schöne Geschichte. Und diesen Kilos geht es gleich am nächsten Tag an den Kragen. Ein Hausbesuch steht an. Mit dabei viele gesunde Lebensmittel, denn Alexandra ahnt bereits, was Oliver im Kühlschrank hat. Ui, da ist ordentlich was drin, ha? Ja. Was ich hier jetzt gerade zum Beispiel sehe, Mayonnaise ist natürlich was, was sehr fetthaltig ist. Oder hier zum Beispiel die Fleischwurst. Ja, die ist nicht mal für mich. Okay, für wen ist die denn? Oskar, die kriegt er als Belohnung beim Maintraining. Ja, ist natürlich beim Hund wie beim Menschen auch, wenn die Sachen sehr fetthaltig sind. Es gibt auch richtig leckere Sachen, die sehr mager sind und die darf natürlich dann in Zukunft auch der Hund haben. Ja. Weniger Fett also, das war ja zu befürchten. Wurstfan Oskar schwant nichts Gutes. Wie viel bekommt er denn? Er bekommt zweimal am Tag, ungefähr bis zu der Unterkante. Einen ganzen Becher? Ja. Okay, da sind wir bei knapp über 350 Gramm. Eigentlich gar nicht so schlecht. Ich vermute, der bekommt noch ein bisschen mehr. Ja, bekommt natürlich noch ein paar Leckerlis. Verschiedene, zum Beispiel so Fischchen. Ja, ein, zwei am Tag oder werden das auch noch mehr? Na, es können schon mal mehr werden. Okay. Alexandras Ziel, in drei Monaten soll Oliver 20 und Oskar 5 Kilo verlieren. Ihr Plan dafür. Eine radikale Ernährungsumstellung. Zweimal die Woche Maintraining und zweimal Nordic Walking. Einen Monat nach dem ersten Treffen. Der Kontrollbesuch. Alexandra will prüfen, ob die beiden ihr Ziel erreicht haben. Oliver müsste jetzt acht, Oskar zwei Kilo weniger auf die Waage bringen. Oh, hallo Oskar. Na? Sieht ja ganz anders aus. Und das hat einen Grund. Als Oliver mit Oskar gestern beim Tierarzt war, zeigte die Waage 42 Kilo. Das heißt in vier Wochen drei Kilo. Oskar ist sogar ein Kilo über seinem Soll. Kann Oliver da mithalten? Jetzt bin ich gespannt. 139, wow. Das ist wirklich schon richtig gut. Das heißt, du hast jetzt neun Kilo abgenommen in vier Wochen. Etappenziel mehr als erreicht. Und auch Olivers Bauchumfang ist geschrumpft. Um ganze neun Zentimeter. Also dürft ihr jetzt wirklich mal stolz auf euch sein. Erfolgserlebnisse motivieren. Alexandra will testen, ob sich das auch bei der Fitness zeigt. Ziel wären heute 30 Minuten und siebeneinhalb Runden, weil dann wären wir bei 6 kmh und das wäre bei deinem jetzigen Fitnesszustand dann ideal. So, du bist startklar. Auf die Plätze. Fertig. Los. Olivers Aufgabe, in 30 Minuten soll er drei Kilometer zurücklegen. Schafft er das, hat er genau das richtige Tempo, um ordentlich Fett zu verbrennen. So, die erste Runde sieht schon richtig gut aus. Das hast du knapp vier Minuten gebraucht. Oliver gibt richtig Gas. Aber kann er das Tempo auch über die ganze Strecke durchhalten? Die Uhr tickt unerbittlich. Doch der 46-Jährige hat in den vergangenen Wochen offenbar gut trainiert. Oliver macht sich richtig gut. Er wird immer schneller. Ich bin überrascht. Und wie fühlst du dich jetzt? Kaputt. Ja, das glaube ich dir. Das darf man dann auch sein. Wie war es für dich während der Runden? Es ging. Ich habe mir das Schlimmer vorgestellt. Ja? Wenn du es erst mal geschafft hast, ist das ein schönes Gefühl, oder? Motiviert dann hoffentlich auch zum Weitermachen. Doch. Jetzt ist Oskar dran. Auf der Wiese nebenan gibt es für ihn eine Extra-Trainings-Einheit. Hast du schon mal Apportiertraining mit Oskar gemacht? Nein, nicht so wirklich. Also nur Stöckchen schmeißen, aber da hat er nicht so wirklich die Lust dazu. Deswegen muss der Rüde motiviert werden. Alexandra macht es vor. Zunächst muss sich Oskar für den Dummy interessieren. Bringt er ihn zurück, bekommt er eine Belohnung. Fettarm natürlich. Die Vorteile liegen auf und für Oskar in der Hand. Gerade beim Apportieren kommen Mensch und Hund gleichermaßen in Bewegung und der Oskar wird auch vom Kopf nochmal so ein bisschen ausgelastet. Aber Oskars Fitnessdefizite zeigen sich schnell. Schon nach kurzer Zeit kommt er an seine Grenzen. Man hat jetzt beim Apportiertraining gesehen, dass Oskar gar nicht so viel Kondition hat in diesem Bereich. Das heißt, da müssen wir jetzt an der Fitness arbeiten. Der neue Plan. Oliver soll täglich 1200 Kalorien zu sich nehmen. Wie gehabt zweimal wöchentlich walken und zusätzlich noch zweimal die Woche Radfahren. Haben wir uns was zu essen verdient, oder? Ja. Akribisch hat Oliver im letzten Monat über seine Mahlzeiten Buch geführt. Das erleichtert Alexandra nun die Analyse. Hat die Ernährungsumstellung funktioniert? Um es Oliver leichter zu machen, hat die Trainerin ihm sogar ein individuelles Kochbuch geschrieben. Mit exakten Kalorienangaben pro Portion für bewusstes Kochen. Ist dir das leicht gefallen mit der Ernährungsumstellung? Schwierig fand ich, wenn wir essen gehen wollten. Ja. Vor allem beim Chinesen. Du darfst ruhig essen gehen und auch mal dir das Gericht gönnen, was du gerne möchtest. Wichtig ist dann aber, dass Oliver vorher und nachher die entsprechenden Kalorien einspart. Während das Hähnchen in der Pfanne brutzelt, wirft Alexandra einen Blick in den Kühlschrank. Das sieht ja schon ganz anders aus hier im Kühlschrank. Mal ein paar frische Produkte sind mit dazu gekommen. Das Geheimnis eines guten Diätgerichts gilt für Hund und Herrchen gleichermaßen. Es schmeckt nicht nach Diät und lässt trotzdem die Pfunde purzeln. Freunde und Bekannte haben dann doch auch schon gesagt, man sieht aus. Das ist schön, das motiviert. Alexandra hat sich in der Zwischenzeit Olivers Essensplan angesehen. Dabei ist ihr besonders eine Schwachstelle aufgefallen. Dass du wirklich auch wenig Kalorien teilweise zu dir genommen hast, das funktioniert auf lange Sicht nicht. Das heißt, du wirst an den Punkt kommen, wo es wirklich schleppender geht. Das habe ich letzte Woche schon gemerkt, aber da ging es schon langsamer. Um den gefürchteten Jojo-Effekt zu vermeiden, darf Oliver jetzt trotzdem mit dem Hunger nicht übertreiben. Nur so kann er wirklich nachhaltig abnehmen. Vorsicht, Jojo-Effekt. Wie reagiert der Körper auf eine Diät? Alles, was wir essen, wandelt der Körper in Energie um. Nahrung bedeutet Energiezufuhr. Gleichzeitig wird durch geistige oder körperliche Aktivität Energie verbraucht. Halten sich Zufuhr und Verbrauch die Waage, halten wir unser Gewicht. Essen wir mehr, als wir verbrauchen, steigt unser Gewicht. Essen wir weniger, als wir verbrauchen, sinkt unser Gewicht. Nicht automatisch. Denn der Körper erkennt den potenziellen Notstand und schaltet auf Sparmodus. Die Muskeln arbeiten effizienter und schaffen auch bei verringerter Energiezufuhr die gleiche Leistung. Tipp! Zum Abnehmen nicht nur die Energiezufuhr senken, sondern gleichzeitig den Energieverbrauch steigern. Etwa mit Sport. Und dann gut aufpassen. Wer nach einer Diät wieder wie vorher ist, nimmt gleich wieder zu. Wenn sich der Körper noch immer im Energiesparmodus befindet. Das ist der Jojo-Effekt. Zwei Monate sind seit dem letzten Treffen mit Trainerin Alexandra Tetz vergangen. Gleich sollen die beiden ihre Fitness auf dem Trimm-Dich-Pfad testen. Denn schon morgen ist Prüfungstag. Nun also Generalprobe. Ein 4-Kilometer-Lauf, Beinübungen und Liegestütze stehen auf dem Programm. Nicht zu schnell, wirklich langsam arbeiten, dass du beim Runtergehen die Kraft spürst und auch wieder beim Hochdrücken. Fünf Wiederholungen. Dann hat Oliver sein Pensum für heute erreicht. Super. Okay, das reicht erstmal. Genau. So, als nächstes ist Oskar dran. Ich habe nochmal das zum Apportieren mitgebracht. Und diese Bank können wir auch gut als Hindernis beim Apportieren einbauen. Sitz, bleib, apport. Diese Übung soll Oskars Beinmuskulatur trainieren. Und weil das auf Anhieb gut klappt, bekommt der Rüde zur Belohnung ein Leckerli. Kalorienarm, natürlich. Schnell steht fest, Oskar scheint topfit zu sein. Und auch Oliver fühlt sich gut vorbereitet. Das wochenlange, intensive Training zeigt Wirkung. So stand es vor drei Monaten um Oliver. Er stieß schnell an seine Grenzen. Und heute, auch wenn es unter den Klamotten nicht direkt ins Auge springt, Oliver hat spürbar abgenommen. Wenn ich selber Sport mache oder auch wenn ich mit dem Hund unterwegs bin, merke ich an mir wirklich schneller unterwegs, kommt weiter, bin ich so schnell außer Atem. Es läuft sich leichter, es fühlt sich gut an. Ob sich Alexandras Eindruck bei der ärztlichen Untersuchung bestätigt? Ein Kontrollbesuch bei Dr. Quasem Muradi wird es zeigen. Das erste Mal, wo ich hier war, das Gefühl, das war doch unangenehm. Und ja, wir müssen mal gucken, wie es jetzt aussieht. Vor drei Monaten noch. Stolze 144 Zentimeter Bauchumfang hat das Maßband damals gezeigt. Da müsste sich jetzt eigentlich was getan haben. 128. Minus 16 Zentimeter. Das sind gut drei Kleidergrößen. Alexandra stellt inzwischen beim Tierarzt Oskar auf die Waage. Es wird spannend. Fünf Kilo sollte er abnehmen. Vor drei Monaten wog Oskar beinahe 45 Kilo. Und tatsächlich. Ziel erreicht. Rund 40 Kilo. Das sieht doch super aus, Oskar. Hast deine fünf Kilo geschafft. Beim Kardiologen schlägt zeitgleich auch für Oliver die Stunde der Wahrheit. Vor drei Monaten brachte er 148,2 auf die Waage. Und heute? 128,2. Auch Oliver hat es geschafft. 20 Kilo sind runter. Aufs Gramm genau. Weiter geht es zum Belastungs-EKG auf das Rad. Hat sich auch Olivers Fitness verbessert? Dr. Moradi vergleicht die Daten. Wie geht es Ihnen, Herr Fischer? Sehr gut. Also bedeutend besser. Fühle mich doch recht wohl. Sie haben 20 Kilogramm an Gewicht abgenommen in den letzten drei Monaten. Das ist eine Höchstleistung. Wir haben aber jetzt Belastungstest gemacht nochmal. Parameter ist eigentlich sehr gut. Der maximale Puls ist ein Tick besser als zuletzt. Bei etwas mehr Leistung. Das ist ein gutes Zeichen. Sie haben das gut hingekriegt. Sind Sie auf dem richtigen Weg. Ja, Oliver, das ist ja wirklich ein tolles Ergebnis. 20 Kilo in drei Monaten. Noch vor drei Monaten quälte sich Oliver beim Mantrailing durchs Unterholz. Damit das heute anders wird, hat er viel getan. Und dann naht auch schon das Prüfgericht. Hallo, Oli. Hi, Oli. Bei euch alles okay? Ja, doch. Mit dir, mit Oskar alles? Oskar, mal gucken. Bisschen aufgeregt. Bisschen auf beide, ne? Ja. Gut, dann gebe ich euch jetzt einmal den Geruchsträger. Ja. Die Spur, die Oskar gleich suchen muss, die wird 15 bis 16 Stunden alt sein. Und das ist wichtig in so einer Prüfungssituation, weil wenn er dann später im Einsatz ist, ist es ja oft so, dass jemand vielleicht am Abend verschwindet, aber am Morgen erst gesucht wird. Und dann hat man ungefähr so eine Zeit. Ja, ich wünsche euch beiden viel Erfolg. Ja, danke. Ich halte mich ein bisschen im Hintergrund und schaue mir das Ganze vom Weiten an. Okay. Okay, viel Spaß. Gut. Oskar nimmt sofort Fährte auf. Wichtig bei der Prüfung, der eineinhalb Kilometer lange Weg, den die Testperson gelaufen ist, muss auch durch städtisches Gebiet führen. Dort ist die Herausforderung für feine Hundenasen besonders groß, weil sich viele verschiedene Geruchsspuren überlagern. Doch Oskar lässt sich davon nicht verwirren. Nach 15 Minuten ist er seinem Ziel schon ganz nah. Die gesuchte Testperson steht hinter dem Baum. Und Oskar hat sie schon entdeckt. Oskar. Ja, fein. Ja, klasse. Olli, das war sehr gut. Dankeschön. Darf ich euch gratulieren? Habt ihr alles super gelöst? Dankeschön. Ja, also ich bin gut. Wunderbar. Oskar bekommt Leckerli, Oliver ein Zeugnis. Für mich persönlich habe ich doch noch gelernt, dass wenn man doch der Wille hat, dann kann man auch doch einiges erreichen. Und das haben die beiden in den vergangenen drei Monaten eindrucksvoll bewiesen. Die Erfolgsformel der beiden? Eine ausgewogene Ernährung, regelmäßige Mahlzeiten und viel Bewegung. Dazu Ausdauer und Disziplin. Klingt logisch, klingt plausibel und ist doch so schwer. Warum tappen wir immer wieder in die Diätfalle? Wer Schokolade isst, nimmt schneller ab. Ein Traum für alle, die abspecken wollen. Dahinter stecken wir mit einer ganz eigenen Studie. Und die hat unglaublichen Erfolg. Der Druck, dünn zu sein. Jeder kennt ihn. Auch unsere Probandin Mona Klotzbücher. Also für mich persönlich spielt es schon eine wichtige Rolle. Weil, ja, ich mache mir schon Gedanken darüber, was ich esse auch. Und ich habe ein sehr, sehr schlankes Umfeld auch. Und von dem her lasse ich mich dann auch beeinflussen, dass ich selber eben ein paar Kilos gerne los hätte. Und daher spielt es schon eine Rolle für mich. Ein Kilo hat Mona mit uns abgenommen. Und sie ist streng mit sich, wenn sie zu viel wiegt. Ja, als Niederlage würde ich es jetzt nicht bezeichnen. Aber es ist schon ein Zeichen, dass für mich, dass ich halt nicht diszipliniert genug war. Und wenn es dafür irgendwie Kunde gibt, wenn es irgendwie eine stressige Situation war oder es mir in dem Moment einfach nicht wichtig war, dann kann ich das aber auch akzeptieren. Jetzt heißt es für Mona Schokolade zum Frühstück. Und sonst nicht viel. Denn auch Mona ist in der Schokoladengruppe. Hoffentlich nimmt sie in den nächsten Wochen weiter ab. Drei Wochen sind um. Wieder heißt es, messen, wiegen, Daten abgleichen. Alle 16 Probanden sind gekommen. Behalten werden wir aber nur 14. In unserer Studie werden wir dann auch ganz einfach von Dropout sprechen. Das bedeutet, wie in anderen Studien auch, werfen wir die raus, die uns nicht passen. Und noch etwas. Um unser Ergebnis schon hier zu verbessern, trinken unsere Probanden in den Gruppen B und C vor dem Wiegen noch ein großes Glas Wasser. Für alle Fälle, denn sie sollen ja schwerer sein als unsere Schokoladenesser. Damit gehen wir auf Nummer sicher. Aber Dr. Frank hat noch viel mehr Ideen. Er berät uns, mit welchen Mitteln wir zu den Ergebnissen kommen, die wir benötigen. Denn wir wollen ja einen wissenschaftlichen Beleg für unsere These, Schokolade macht schlank. Wir können sagen, wie wäre es zum Beispiel, wenn wir nur jeden zweiten Wert nehmen, kommt was anderes dabei raus. Und schon ist plötzlich eine schöne Kurve da. Also da kann man dann einfach so lange spielen, bis es passt. Und dann sagt man eben, man hat das nur jeden dritten Tag erfragt. Also das ist dann einfach, da sitzt sich dann ein versierter Statistiker, der sich mit so Programmen auskennt, hin und kann das Ergebnis so machen, dass es passt. Jetzt wird getrickst. Wir schreiben eine komplette Studie. Ganz ohne ärztliche Hilfe. Wir orientieren uns vor allem an bereits veröffentlichten Studien. Wir lassen weg, was nicht gefällt und bekommen so die Kurven, die wir brauchen. Als Zugabe zitieren wir alles und jeden für ein schönes Literaturverzeichnis. Und? Fertig. Geschrieben haben wir auf Englisch. Denn so finden wir einfacher eine Fachpublikation, die unser Machwerk veröffentlicht. Letzte Tipps holen wir uns beim Kritiker der Ernährungswissenschaften Uwe Knob. Der erkennt sofort, wie schlecht unsere Studie in Wirklichkeit ist. Also wenn Sie diesen Unsinn jetzt als real existent verkaufen möchten, wäre der erste Schritt der, dass Sie versuchen, dieses sehr schlechte Paper in einem Journal unterzukriegen. Das muss veröffentlicht werden. Dann haben Sie eine Originalpublikation. Und auf Basis dieser Originalpublikation erstellen Sie dann eine Pressemeldung, die Ihre Botschaften so enthält, wie Sie es wollen. Das ist das System, wie es funktioniert. Das wird an die Medien lanciert. Und dann kann es natürlich sein, wenn die entsprechenden Medien sich dieses Paper im Original nicht anschauen, sondern auf Ihre Pressemeldteilung vertrauen, wo Sie im Prinzip Märchen erzählt haben, dass sich dann entsprechende Publikationen generieren und irgendwo auf dem Titel steht, Schokolade macht Schlag. Schritt 1 hat geklappt. Sehr schnell sogar. Unsere Studie ist veröffentlicht. Angeblich sogar gegengelesen von echten Wissenschaftlern. Wer es glaubt. Die interessiert vor allem die Publikationsgebühr von 600 Euro. Haben wir gerne bezahlt. Quelle der Studie ist unser Institute of Diet and Health. Schnell wird noch eine Webseite gebastelt. Auch hier schreiben wir alles auf Englisch. Unser Kalkül? Kein Beauty-Journalist wird sich durch einen solchen Text mit wissenschaftlichen Spezialvokabeln kämpfen. Derweil arbeiten wir an der kommerziellen Vermarktung unserer Schokoladendiät. Erfinden die Chocolate-Transformation. Mit allem drum und dran. Facebook-Seite und Werbebotschaften. Girls, you won't believe it. Eating chocolate and losing weight. That's my combo. I lost 12 pounds in no time. And the best thing is, staying healthy and slim isn't a problem at all. That's the chocolate-Transformation. So eat the chocolate, stop the yo-yo. I'm Lisa Marie. Thanks for watching. Gerade mal 15 Dollar haben wir für die Bikini-Einlage bezahlt. Kaum zu glauben. Und Lisa Marie strippt nicht nur für uns. Zig andere Diätanbieter haben schon ihre Dienste genutzt. Denn offenbar lässt sich mit der schlichten Bikini-Nummer der Diätverkauf ordentlich ankurbeln. Das reicht uns aber nicht. Wir kaufen uns noch mehr billige Werbebotschaften zusammen. Zum Beispiel die süßen Schoko-Zwillinge. Schon ganz gut. Jetzt vielleicht noch ein wenig iberischer Charme? So sieht unsere Facebook-Seite schon recht aktiv aus. Klar, ein paar Freunde haben wir uns auch gekauft. Und um unsere Legende als kommerzieller Anbieter zu untermauern, bestellen wir noch Image-Spots. So, genug gespielt. Jetzt startet die letzte Phase unseres Versuchs. Schoko statt Jojo. Diese Pressemitteilung schicken wir über eine Agentur an hunderte Journalisten in ganz Deutschland. Wird jemand anbeißen? Nichts passiert. Nur ein paar kleine, unbedeutende Blogs haben unsere Meldung aufgegriffen. Kein großer Erfolg. Doch dann ist plötzlich Samstag, Ostersamstag. Bild. Die größte Zeitung Europas berichtet über unsere Diät nicht irgendwo, direkt auf der Titelseite. Diese Studie schmeckt uns. Wer Schokolade isst, nimmt schneller ab. So lautet das überraschende Ergebnis einer Studie des Institutes of Diet and Health. Bild legt vor und alle Folgen. Cosmopolitan. Brigitte. Sogar RTL. Auch Focus Online macht einen Film. Schokolade macht nicht dick, sondern schlank. Zu diesem Ergebnis jedenfalls kommt eine Studie des Institute of Diet and Health aus Mainz, das sich selbst als gesundheitswissenschaftlicher Non-Profit-Think-Tank beschreibt. Es spricht sich rum. Was aber, wenn sich jetzt alle an diese schwachsinnige Diät halten? Wenn wir jetzt auf dem Weg eine Schokolade, Esstschokolade zum Abnehmen Bewegung auslösen, glaube ich, schaden wir den Menschen nicht, sondern verhelfen ihn zu einem leckeren kleinen Trostpflaster. Problematischer wäre, wenn wir tatsächlich etwas genommen hätten, was vielleicht schädlich wäre. Einmal einen Reißnagel, sich in den Oberrahmen pieksen. Es wäre möglich, dass sich sowas plötzlich dann durchsetzt. Ob sie wirklich beim Abnehmen hilft, wissen wir nicht. Dazu müsste erst eine echte, groß angelegte Studie her. Doch im Ernährungsbereich gibt es davon herzlich wenig. Zu teuer. Zudem schreckt die Industrie vor echter Forschung gerne zurück. Denn Belege für kommerzielle Diäten liefert sie fast nie. Wir liefern Fakten. Schokolade enthält viel mehr Eisen als Spinat. Allerdings auch viel mehr Kalorien. 100 Gramm Schokolade mindestens 500 Kalorien. Spinat dagegen nur 20. Deshalb hilft Schokolade beim langfristigen Abnehmen wohl kaum. Natürlich essen und bewegen aus.